Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsadaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 9. Januar. Heute fangen wir mal mit dem Tagesschart an. Wir sind hier weiterhin am Widerstand von 10.800 Punkten. Einen Ausbruch nach oben ist am Vortag nicht gelungen. Wir sind hier zwar deutlich nach oben angestiegen, auch noch über die Marke von 10.900 Punkten kam dann aber wieder zurück. Und nun hat sich eine, naja, bärische Tageskerze gebildet mit einer langen oberen Lunte, einem langen oberen Docht. Oben nennt man diese Schatten Docht, unten Lunte. Und nun ist eben die Frage, ob wir hier noch genügend Kraft haben, diesen Widerstand bei 10.800 Punkten dann zu überwinden und dann eben den Aufwärtstrend weiter zu folgen, beziehungsweise der Aufwärtskorrektur und dann weiter kurz zu nehmen hier auf die runde Marke von 11.000 Punkten und dann höher in den Maximalbereich dann für die Aufwärtskorrektur von 11.100 Punkten. Sollten wir die Marke von 10.800 Punkten nicht überwinden können, dann würde der Index hier praktisch wieder nach unten abdrehen. Ein Warnsignal haben wir nun hier mit dem langen oberen Docht am Vortag gehalten. Und sollten wir das Tagestief unterschreiten, dann würde sich direkt eine Short-Möglichkeit ergeben und ein erneuter Rücklauf möglich werden Richtung 10.500 Punkte zunächst. Hier zur Unterstützung am Fibonacci-Ficker im bekannten Monatschart. Hier dann ein Rückblick auf den Tagesschart mit den Markierungslinien vom Vortag. Da hatten wir das Tagestief an der hellgrünen Linie erreicht. Und das Tageshoch hat die dunkelrote Linie deutlich überschritten. Wir sind dann eben viel weiter als erwartet angestiegen, eben über 10.900 Punkte. Aber das Tageshoch wurde dann ungefähr bei 10.910 Punkten erreicht. Und im Kommentarbereich dann unter dem Video vom Vortag hatte ich dann noch darauf hingewiesen, dass eventuell der Wendepunkt im Bereich von 10.920 Punkten auftreten könnte, weil wir schon wieder enorm überkauft waren. Und naja, die Marke wurde nicht mehr ganz erreicht. 10.909, glaube ich, war das Tageshoch. Und danach ging es dann wieder nach unten. Aber nun muss man eben abwarten, wie weit diese erneute Abwärtsbewegung läuft und ob der Index nicht auch wieder, je nach Nachrichtenlage, neue Stärke gewinnt und dann wieder einen erneuten Angriff auf 10.900 Punkte probiert. Machen wir weiter mit dem Tagesschart mit den Markierungslinien für den heutigen Mittwoch. Da befindet sich die dunkelrote bei 10.920 Punkten, die rote bei 10.860, die hellgrüne bei 10.800 und die dunkelgrüne dann bei 10.730 Punkten. Und hier machen sich dann auch gleich wieder die Widerstandsbereiche bemerkbar hier bei 10.860 und 10.920 Punkten. Hier würden sich praktisch dann am heutigen Mittwoch im Tageshandel Short-Möglichkeiten bieten. Und sollte der Index hier unter 10.730 Punkte fallen, unter 10.700 Punkte, diese Marke hatten wir auch in den Vortagen als wichtige Unterstützungsmarke genannt, dann würde sich die Lage enorm eintrüben und ein weiterer Rücklauf wahrscheinlich werden Richtung 10.500 Punkte. Zu beachten ist noch, dass wir uns weiterhin im Long-Modus befinden. Der Kreis ist immer noch blau, der ist noch nicht auf rot gedreht. Sollte der auf rot umschwenken, dann ist Vorsicht geboten, dann dürfte sich wahrscheinlich diese Aufwärtskorrektur schnell dem Ende nähern und dann müsste man von wiederfallenden Kursen ausgehen, auch wenn der Index sich noch über der Marke von 10.700 Punkten aufhält. Sobald sich die Farbe im Kreis ändert und von blau auf rot schwenkt, werde ich das sofort im Kommentarbereich unter dem Video mitteilen und dann sollte man eher auf Short-Positionen achten und Long-Positionen abhauen. Ja, im Wochenchart hat sich auch noch nicht viel geändert. Wir haben hier weiterhin eine Notierung über der roten Markierungslinie von 10.700 Punkten. Unter 10.700 Punkten wäre ein Rücklauf wahrscheinlich Richtung 10.500 Punkte und solange sich der Index hier über dieser roten Markierungslinie halten kann, muss von weiter steigenden Kursen ausgegangen werden. Wobei zu beachten ist, wie gerade schon erwähnt, sobald sich der Trendindikator von blau auf rot wechselt, die Farbe von blau auf rot dreht, dann sollte man eher auf Short-Positionen, auf Short-Möglichkeiten achten und Long-Positionen wieder zurückfahren. Im großen Bild bleibt dann weiter wichtig, dass der Fibonacci-Fächer im Monatschart hält und wir diesen Bereich hier ungefähr von 10.500 Punkten nicht nach unten durchbrechen. Dann würde sich die Lage enorm eintrüben. Solange sich der Index hier über 10.500 Punkten auffällt, sind trotz möglicher Abwärtskorrekturen im weiteren Verlauf dann doch wieder steigende Kurse möglich. Unter 10.500 Punkten müsste aber mit einer neuen Abwärtswelle gerechnet werden Richtung 10.000 Punkte und tiefer. Gut, dann wären wir durch für heute. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im Handel. Über 10.700 Punkten sind weiter steigende Kurse möglich. Wichtig ist eben darauf zu achten, dass im Kommentarbereich geschrieben wird, sobald da ein Trendwechsel verzogen wird von blau auf rot in unserem Trendindikator, werde ich das eben sofort im Kommentarbereich schreiben. Und dann muss eben von weiter fallenden Kursen ausgegangen werden, auch wenn der Index sich noch über 10.700 Punkte befindet. Ich melde mich dann wieder am morgigen Donnerstag mit dem ING Markets Morning Call und dann eben je nach Verlauf und je nach Neuigkeiten mit Kommentaren oder dem Video. Viel Erfolg und machen Sie es gut!